Nach Warren Buffetts Depot-Update ist mal wieder Mainz dran. Willkommen zum Depot-Update Mitte, Ende Februar 2022. Ein kurzer, aber ja, sehr schmerzhafter Monat für Investorinnen und Investoren. Eigentlich egal, in was man investiert, weil momentan alles den Bach runtergeht. Ich hoffe, du hast noch nicht aufgegeben. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Keine Panik. Heute schauen wir uns die Earnings von OmniCell an. Welche Aktie für mein Dividendendepot gekauft wurde, sprechen dann über den Crash. Natürlich, wir müssen darüber sprechen. Portfolio Tools und ganz zum Schluss meine neue Website. So, wir beginnen auch direkt. Im letzten Video habe ich zwei Dividendenaktien vorgestellt. Pfizer und Novo Nordisk und die Entscheidung wurde von mehreren getroffen. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass so viele abgestimmt haben. Hat mich sehr gefreut. Und es war trotz vieler Stimmen sowas von eindeutig, dass es Novo Nordisk in mein Portfolio geschafft hat. Und ja, der Wert ist eben seit ein paar Tagen drin. Wie man hier sieht, ich bin am 16. eingestiegen und die Aktie hat sich kurzfristig positiv entwickelt. Und dann ging es gestern nochmal runter. Also gestern heißt Freitag, der 18. Februar. Da ging ja wieder alles runter nach Sorgen in der Ukraine und Russland. Also ich erwarte für die nächsten Wochen und Monate noch weitere Unruhen, die sich aber auch sehr schnell wieder in positive Vorzeichen entwickeln könnten oder umwandeln könnten. Wenn Russland dann ein klares Statement abgibt und nicht etwas behauptet, das von Amerika dann wieder als Lüge angezweifelt wird. Ich bin gespannt. Ich denke an dieser Stelle, um schon mal den Crash ein wenig vorweg zu nehmen. Nicht, dass es zu einem Krieg kommt. Ich wünsche es uns allen nicht. Auch unabhängig von der Börse. Da sind mir die Kurse egal. Da geht es um die Welt und die Gesellschaft und alles Mögliche. Da ist die Börse wirklich zweitrangig. Ich hoffe, dass es zu keinem Krieg kommt. Aber natürlich im nächsten Schritt betrifft das Ganze dann auch die Börse, was natürlich auch nicht schön wäre. Aber soviel dazu. Also willkommen im Dividendendepot. Unser erstes Holding. Es dauert natürlich noch ein paar Monate bis Jahre, bis dann die Portfolios sich alle füllen. Aber wir haben jetzt Novo Nordisk. Und ich freue mich, dass wir mal keine US-Aktie im Portfolio haben. Und jetzt sprechen wir über eine US-Aktie in meinem Venture-Depot. So, es sind ja mittlerweile zwei Holdings. Am 1. März kommt dann die dritte dazu. Und aktuell ist das Portfolio wie alles andere natürlich im Minus. Aber Kobe Busan hat sich trotz des Crashs, also trotz des erneuten Crashs, wir müssen bedenken, ich habe Kobe Busan am 1. Februar gekauft, also vor 19 Tagen. OmniCell hingegen hat sich deutlich schlechter entwickelt, was ja keine Frage war. Ich habe vermutlich den ungünstigsten Zeitpunkt erwischt, so eine Community-Portfolio-Serie zu starten. Die Aktie war ja quasi am Hoch, als ich am 1. Januar eingestiegen bin. Und der 1. Januar war vor dem Crash und vor dem Crash des Crashs. Das ist also, ja, sehr ungünstig. Und OmniCell hat sich dann hier seitwärts entwickelt bis zu den Earnings am 14.02. Und die Earnings haben die Aktie noch ein wenig einstürzen lassen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Earnings an, wie schlimm das Ganze denn wirklich aussieht. Und dafür schauen wir uns als erstes den Report an. Es geht nämlich erst mal um das Gesamtjahr 2021 und danach geht es noch um das Q4 2021. Also, wir beginnen mit dem Gesamtjahr. Da sehen die Ergebnisse eigentlich ziemlich gut aus, weil OmniCell im Jahr 2021 sehr stark profitiert hat. Erst mal Earnings per Share auf 1,79 US-Dollar gestiegen gegenüber 0,76 US-Dollar in 2020. Die Umsatzerlöse sind um 27% auf 1,13 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Gewinn ist um sage und schreibe 142% auf 77,8 Millionen US-Dollar gestiegen. Und die Gewinnmarge ist auf 6,9% gestiegen. In 2020 lag sie noch bei 3,6%. Also, sehr gute Zahlen. Wenn dann nicht das Q4 2021 gewesen wäre, das, wie wir in meiner Tabelle sehen können, nicht so überzeugt hat. Also, es haben einige Zahlen enttäuscht. Erst mal, es war natürlich schwierig, dieses tolle Wachstum von Q3 2021 zu übertreffen, beziehungsweise mitzuhalten. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird in 2022 noch schwieriger, die Ergebnisse zu toppen, weil eben das Jahr 2021 ein gutes Jahr war. Dementsprechend ist es schwierig, das Jahr dann zu übertreffen, beziehungsweise das Vergleichsquartal oder die Vergleichsquartale werden schwieriger, weil man vergleicht ja immer Q3 2021, dann mit dem Q3 2020 und so weiter. Also, der Umsatz ist nur um 24,8% gestiegen. Davor hatten wir diese schönen Werte über 30. Sofern wir in 2020 über der 20%-Marke bleiben, bin ich sehr zufrieden. Hier sprechen wir gleich drüber. Das Schlimmste ist hingegen, nicht, dass wir aus der Rule of 40 rausgerutscht sind, was ja schon erstaunlich war, dass wir es im Q2 und Q3 2021 geschafft haben oder dass Omni-Sales geschafft hat, die Rule of 40 zu erfüllen, nachdem wir im Vorjahresquartal bei einem Wert von 5,9 angekommen sind. Also, diese Werte waren unglaublich. Wir sind knapp unter der Rule of 40, was auch noch in Ordnung ist, bei 38,7. Was hingegen absolut desaströs ist, ist das Earnings-per-Share-Ergebnis. Also, wir hatten einen ähnlichen Wert im Q1 2020 und nach 0,37, 0,3, 0,43, 0,61 sind wir auf ein Ergebnis pro Aktie von 0,28 Dollar angelangt, was natürlich den Kurs etwas belastet hat. So, und was hat es mit diesen 312 Millionen auf sich? Omni-Sales hat natürlich einen Ausblick gestellt und aktuell erwarten sie einen Umsatz zwischen 312 und 318 Millionen. Deswegen habe ich mal die 312 hier eingetragen. Das würde einem Wachstum von 23,9 Prozent entsprechen im Vergleich zum Vorjahresquartal, also zu Q1 2021, was noch das harmlosere Quartal ist. Schwieriger wird es dann in Q2 und Q3. Wenn wir mal die 18 hier eintragen, also 318 Millionen, dann würde das Ganze einem Wachstum von 26,3 Prozent entsprechen und dementsprechend würde Omni-Sales dann wieder schneller wachsen als im Q4 2021. Ich spekuliere nicht, ich lasse mich mal überraschen und wie gesagt, es ist nur eine Position in meinem Venture-Depot, also eine eher riskantere Position, die nicht so oft gehandelt wird. Ganz interessant an dieser Stelle noch, es gab eine gute Nachricht, um, naja, ich tippe mal, um die nicht so tollen Ergebnisse zu kompensieren und den Aktienkurs vielleicht so ein bisschen zu stabilisieren. Hat nicht so ganz geklappt. Aber am Tag der Earnings wurde bekannt gegeben, dass UMC Health ein 10-Jahres-Allein-Lieferungsvertrag für Omni-Sales-Cloud-basiertes Portfolio unterzeichnet hat, was natürlich sehr gut ist. Aber wie gesagt, die Nachricht ist so ein bisschen untergegangen. Dementsprechend hat der Kurs auch gelitten und die Aktie ist zurückgekommen. Und ich muss sagen, langfristig bin ich sehr optimistisch und ich finde diesen Markt, also der autonomen Apotheke beziehungsweise auch Krankenhausapotheke sehr spannend. Und für mich ist das ein klarer Zukunftsmarkt. Und deswegen bin ich hier natürlich weiterhin optimistisch. Und wie gesagt, es war mir klar, dass es riskant ist, wenn man am Hoch einsteigt. Keiner hat damit gerechnet, dass im Januar dann der Crash kommt und dass es im Februar dann noch schlimmer wird. Aber ja, war ein ungünstiger Zeitpunkt. Und jetzt stellt sich die Frage, nachkaufen. Und allgemein, wie sieht es mit dem Crash aus? Kaufe ich nach? Und dazu möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz meinen Artikel oder meinen Blogbeitrag empfehlen. Link dazu ist in der Beschreibung auf mediumx7finance.medium.com Hier habe ich ein bisschen was über den Börsencrash geschrieben, wie ich das Ganze angehe, wie ich mit der Situation umgehe, welche Strategie ich verfolge, wann ich wie nachkaufe. Und darüber möchte ich ganz kurz jetzt auch sprechen. Ja, ich habe nachgekauft, schon zweimal. Und ich werde wahrscheinlich am 1. März wieder einsteigen und dann natürlich meine ganz normalen Sparpläne Mitte des Monats ausführen lassen. Keine Frage. Ich habe aktuell zum Glück einiges Kapital an der Seite liegen lassen in den letzten Monaten. Deswegen besteht jetzt die Möglichkeit, schön in einige Titel einzusteigen. Aber es bleibt weiterhin sehr angespannt und ich vermute auch, dass die Kurse noch einige Zeit weiter belastet werden. Es sind einfach zu viele ungeklärte Fragen aktuell beziehungsweise die Börse ist sich nicht sicher, wie sich 2022 entwickeln soll. Vor allem, wie gesagt, Zinsen, Inflation, Krieg, alles sehr unschön. Und es muss erst mal wieder so eine neue Bewertung für die Aktien gefunden werden. Bei Omnicel werde ich erst mal warten. Es ist ja auch nur eine Venture-Position. Dementsprechend wollte ich hier jetzt auch nicht sofort aufstocken. Ich habe, glaube ich, vor einem Monat mal gesagt, wenn wir so die 30% Minus erreichen, werde ich vielleicht nachkaufen. Wir sind jetzt bei über 30%. Ich warte noch ein bisschen, weil mir das mit Russland aktuell noch zu unsicher ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Zukunft aber vielleicht noch mal nachlegen werde, weil das Unternehmen einfach toll ist. So, an dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz auf mein neues, ja, Kofi aufmerksam machen. Wenn du genau wissen möchtest, welche Aktien ich im Monat kaufe und verkaufe, ich habe nichts verkauft, aber kann sich ja von Monat zu Monat ändern, dann empfehle ich mal mein Kofi. Link dazu ist in der Beschreibung. Einfach mal reinschauen. Da gibt es zum einen Zugriff auf die ganzen ETF-Ranking-Excel-Tabellen, die man dann selbst benutzen kann. Also einfach kopieren, downloaden und dann selbst verwenden und damit dann rumspielen. Und da gibt es auch jeden Monat eine Liste aller meiner Käufe, an welchem Datum, zu welchem Kauf ich welche Aktie, wann wie gekauft habe. Einfach mal vorbeischauen. Nur bei Interesse natürlich. Da werde ich jetzt jeden Monat meine Aktienkäufe und Verkäufe hochladen. Also das ist ganz neu. So und jetzt wollten wir noch ganz kurz mal über Portfolio-Tools sprechen und ich nutze ja Parkett für diese Serie und das wurde mir gesponsert. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ich dieses Abo umsonst bekommen habe für diese Serie. Mega cool. Also Parkett liebe ich. Erziehungsweise. Es ist einfach sehr schön aufgestellt und hier hat man eine schöne Übersicht über das Portfolio. Und ja, es ist noch relativ leer, aber in Zukunft wird Parkett noch ein wenig spannender werden, wenn wir dann noch mehrere Informationen über die einzelnen Aktien sehen und dann uns auch die Dividendenausschüttung anschauen. Und so. Also Parkett ist komplett kostenlos, wenn man nur ein einziges Portfolio anlegen möchte. Man kann natürlich den Investor-Account nehmen, wenn man sich mehrere Accounts anlegen kann. Aber die kostenlose Version ist vollkommen ausreichend, um erstmal einen Einblick zu gewinnen, wie Parkett funktioniert. Und dann gibt es noch ein anderes. Das ist GetQuinn. Dazu gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Hier kann man auch ein Portfolio anlegen. Das ist auch sehr schön gestaltet und ist auch kinderleicht. Das geht als App und auch als Desktop-Version. Parkett übrigens auch. Also GetQuinn ist ähnlich aufgebaut. Mit dem einzigen Unterschied, dass bei GetQuinn so dieser Community-Aspekt im Vordergrund liegt. Also ich habe hier auch ein Profil. Man kann mir folgen. Wie man hier sieht, war ich hier schon länger nicht mehr aktiv. Jedenfalls kann man hier seine Aktienkäufe eintragen und kann das dann mit der Community sharen. Und dann kann man darauf reagieren, das teilen oder kommentieren. Dann kann man etwas dazu schreiben. Also du kannst dann auch schreiben, warum du zum Beispiel Twilio deiner Watchlist hinzugefügt hast, warum du Aktie XY gekauft oder verkauft hast. Und dann kannst du die Community auch fragen, was sie von deinem Portfolio oder deinen Aktienkäufen, Verkäufen hält. Und dann kann man da so ein bisschen diskutieren. Ist ziemlich cool gemacht. Wie gesagt, ich lasse einen Link in der Beschreibung. Man kann sich auch ganz normal über den App Store runterladen oder auf Google sich einfach registrieren. Wenn du meinen Link benutzt, dann würdest du mich supporten. Das würde mich natürlich freuen. Ist aber nicht Pflicht, aber ist natürlich einfacher. Da muss man es nicht bei Google eingeben, sondern nur auf den Link klicken. Nur an dieser Stelle wollte ich ganz kurz mal auf GetQuin aufmerksam machen. Auch ein cooles Programm, ähnlich wie Parkett. Nur hier steht die Community im Vordergrund. Bei Parkett ist es eben etwas für dich selbst. Das ist so eine Sache, die jeder und jede für sich selbst entscheiden muss. So, ich bin, wie gesagt, in letzter Zeit nicht so aktiv gewesen, weil ich sehr viel um die Ohren hatte und was ich in der Zeit angestellt habe, das schauen wir uns jetzt zum Schluss nochmal an. Ich habe eine Website gebaut. Es war immer mein Wunsch, eine Website zu bauen und der Link dazu ist in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn du mal vorbeischaust. Es gibt noch nicht so viel, weil das Ganze schon sehr aufwendig ist, aber es werden hier mit der Zeit immer mal wieder neue Artikel erscheinen und ich arbeite hier fleißig dran und die sind so zusätzlich zu den Videos. Hier habe ich zum Beispiel die RISE ETFs vorgestellt und nochmal im Detail beschrieben, das, was nicht in die Videos kommt. Hier ist der Artikel passend zu meinem ETF-Ranking-Video über Immobilien-ETFs. Hier gibt es eben zusätzlich zu dem Video Informationen, die nicht ins Video gekommen sind. Also gerne mal vorbeischauen. Mich würde Feedback sehr freuen. Ich habe hier lange dran gearbeitet und es werden jetzt immer neue Artikel hier veröffentlicht werden. Es gibt übrigens auch einen Newsletter, der wird nur einmal pro Monat verschickt. Also nur eintragen, wenn du auch wirklich Lust drauf hast. Ich weiß, ich werde selbst mit Newslettern zu bombardiert. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben nur einmal pro Monat einen Newsletter rauszubringen. Gerne mal anmelden, kostet nichts. Man kann sich natürlich auch jede Zeit wieder abmelden und das Ganze ist natürlich noch neu. Nur, wie gesagt, das Wichtigste war es für mich, einmal pro Monat, damit der nicht zu häufig kommt und ich denke, einmal pro Monat reicht auch vollkommen aus. So, das soll es mit diesem Portfolio-Update gewesen sein mit ein paar extra Informationen zu mir und meiner Arbeit in den letzten Wochen und Monaten, wobei ich saß an der Website glaube ich über ein Jahr mit dem Konzept und Aufbau und ich habe vorher noch nie mit WordPress gearbeitet. Also war es so ein kompletter Lernprozess. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich die Depots in Zukunft entwickeln. Übrigens mein Nachhaltigkeitsdepot, selbst die konservative Meier-Mellenhof-Aktie ist natürlich jetzt auch ein bisschen im Minus, aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Langfristig sehr interessante Aktie und es ist einfach eine unschöne Zeit, um neu in Aktien einzusteigen, aber wer schon länger dabei ist, weiß, es geht auch wieder in die andere Richtung und gerade in so unschönen Zeiten sollte man mutig sein, um dann einzusteigen, aber nur, wie in meinem Artikel und schon in einigen Videos gesagt, in Qualitätstitel und nicht in Schrott. Und das war jetzt mein Abschlusswort. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir sehen uns in Zukunft wieder. Alle Links sind in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.